heute was geht ab leute es gab die schlechtes wetter ist auch noch relativ früh ich habe hier hinten mal wieder ein experiment kennt ihr experiment und da kriegt man geld und dann ist das dann mache ich ab und zu mit ist ganz lustig gerade aber es war schon voll aber ich habe geld fürs erscheinen bekommen ja und jetzt hat noch eine einladung erhalten oder zumindest ein angebot problem ist ich habe schon eins beim auto tower okay das heißt der kollege kann mich nicht einladen für die andere deswegen gibt erstmal danke dir für deine einladung aber die muss ich leider ablehnen ist die erste einladung die ich ablehnen werde damit der kollege ja mich für den anderen welt einladen kann x-ray der näher ist okay passt ich dachte vielleicht bleibt im beutel und da steht einfach nur abgelehnt oder so und bleibt aber im beutel und blockiert dann weiterhin die andere extra einladung aber so passt das kunde kann mich einladen am besten wäre es natürlich gewesen hätte er mir zuerst bescheid gegeben da hätte ich vielleicht sogar alle drei geschafft aber so müssen zwei auch reichen einer davon muss ein hunderter sein so x-ray time da gab richtig saftig essen richtig saftig und jetzt können wir uns auf den x-ray und danach direkt noch einer und für den anderen habe ich die mir eingeladen mal schauen ob er kommt das wäre gesagt erster dioxus die menge leute sind hier aber niemand den ich könne doch geht's solo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber egal, ich hab noch gar keins gehabt. Schockund ist alleine. Ja, hab ich aber auch gefeiert, aber ich hab Schockund noch verwendet. Was heißt mal, wie fährt der? 14? Hat der über 14? Ja, aber 14.74 haben die gesagt. Ja, 14. 14.24 oder so. Notiz, das muss rausgeschnitten werden. Oh mein Gott. Stimmt, du zählst mir zu lang. Ich bin jetzt alleine. Ich hab halt gleich gesagt, dass du warten soll. Da brauchst du aber nicht stehen, wenn du alleine bist. Der ist jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt die Verteidigungszone wird leider nicht dran. Muss man wieder auf die Leute warten? Es gibt noch Angriff, Verteidigung und Speed. Die kommt dann als nächstes jetzt, gell? Kein Problem. Kein Problem. Ich bin gespannt. Kein Problem. Lauft es einfach durch. Ist nur ein Dioxys. Ist eh nur der Kampf. Das Spannende ist dann die WP am Ende. Spielst du den jetzt richtig oder spielst du nur nebenbei? Sehr, sehr wenig. Also der macht einen Raid am Tag. Also den keinen Pass. Sie, das sammelt ja ein paar Pokémon. Das war's. Also der fängt halt das, was ich auf dem als Lucky brauchen zum Beispiel. Okay. Aber kann man jetzt Lucky noch mehr beeinflussen als die 10? Es gab jetzt ein Lucky Event, also da war erhöhte Chance beim Tauschen. Da hab ich mir richtig gegönnt, ne? Kamen viele Lucky raus? Ja. Echt das? Auch was krasses? Oder nur Lucky? Also nur für Sammlerwerte, also IP-technisch nicht so? Ja. Ah. 600 Yacht. Stimmt. Sie hat eigentlich auch noch dabei. Ich hab die Lotte gekriegt. Ich hab ihr gerade Lotte übergeben. Okay. Ja, dann sind wir ja genug. So. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ja. Also der ist eh egal. Ist das wenig, dass du 100% C liegst? Ja. Mein Gott. Tot. Die werden echt immer schlimmer. Der Freund war auch schon unter 14. Und? Mein Gott, 14,60 hat der echt. Der Sam ist gut. Ich gönn dem nicht, man. Der ist okay. Der ist 13,85, man. Tot als tot. Der hat ja weniger als ich gehabt, man. Das leidet doch nicht, man. Das ist jetzt Endscheiß eigentlich. Ich hab meinen. Natürlich nicht. Münzen. Das kostet 1000 Münzen, gell? Ach so. Münzen? Für dich sowieso nicht. Das ist zu teuer für dich. Das ist echt teuer. Ja. So. Demi hat ihn gerade gefangen mit dem letzten Ball. Aber er hat noch eine Nachricht an ein paar Zuschauer. Ach so. Leute. Danke nochmal für die positive Reaktion. Und danke für die vielen Freudesanfragen. Ich hab so viele jetzt erstmal geedit, wie ich konnte. Leider musste ich mit den Geschenken warten. Es waren doch sehr viele Anfragen und ich hab leider nicht so viele Geschenke gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich welche bekomme, schick ich sie an euch weiter. Danke nochmal, Leute. Ja. So. Wir gehen noch einen Kumpel besuchen. Den kennt von euch nicht so viele. Aber die ganz, ganz treuen von den Yu-Gi-Oh-Zeiten. Die kennen den noch. Übrigens dieses Wochenende YCS Düsseldorf. An alle, die noch da mitmachen. Viel Glück, viel Erfolg. Schreit in der Halle herum. TBT lebt. Aber ja. Ein alter Kollege, der Chong. Schau mal, was der so treibt. So. Ich bin wieder zurück. Ich hab Chong gar nicht gesehen. Aber demnächst vielleicht mal in ein paar Projekten. Wird schon zu sehen sein. Ansonsten habe ich jetzt spontan noch eine Einladung bekommen. Für direkt hier den Steinbrunn. Ich wusste nicht mal, dass der ausgelöst hat. Aber ja. Dritter Versuch. Dreimal unter 1400. Das ist echt krass, wie schlecht der Ausbau heute war. Abgesehen davon war es das erstmal für heute. Ich hab heute Geburtstag. Viele haben mir schon gratuliert. Auf jeden Fall danke an alle, die mich immer sporten. Die mir gratuliert haben. Die an mich gedacht haben. Aber ironischerweise ist heute der Tag, wo ich mir eine Auszeit gönne. Und nicht auf alle Kommentare antworten werde. Ein bisschen weg von Handy. Ein bisschen weg von den Kommentaren. Und einfach den Tag genießen werde. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auf fast gar keine der Gratulationen eingehen. Deswegen hier so allgemein vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Instagram, Facebook, Twitter in den Kommentaren. Ich mach euch noch einen schönen Tag. Dementsprechend werdet ihr von mir heute nicht mehr viel hören, nicht mehr viel sehen. Weder auf Social Media noch in den Kommentaren oder so. Das war's von mir Leute. Wir werden mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is your business.